Wir sind zu spät gekommen, um sie aufzuhalten. Sie wollen zum Sektor mit der Waffensteuerung. Formiert euch dort neu. Bewacht die Hauptwaffe und die Turbolaser. Hinterlangt keine Überlebenden. Zum Sieg! Wer versagt, der stirbt! Calrissian überstrapaziert sein legendäres Glück, indem er hierher kommt. Es wird Zeit, ihm ein Ende zu bereiten. Turbolaser werden abgeschaltet. Die Hauptwaffe Die Hauptwaffe Die Hauptwaffe Die Hauptwaffe Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Rebellen, aktiviere den Shuttle-Lift! Nein! Sie haben die Hangarsteuerung gesperrt! Wir sind fast bereit zur Flucht! Wir sind fast theyiner und die Flucht! Rebellen, die Flucht! Dann in der sich zurückkehren, der Flucht! Sie haben die Flucht! Das ist das Blut! Sie haben die Flucht! Sie haben wir möchte! Amen. 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 Auf der Seite haben wir eine Chance. Traktor Strahlsteuerung fährt herunter! Bleibt wo ihr seid. Haltet euch bereit. Sie haben die Traktorsteuerung neu gestartet. Abschaltung abgebrochen. Der Generator wird abgeschaltet. Langsam. Wir nehmen den Generator offline. Sie werden versuchen, die Abschaltung abzubrechen. Bleibt in Stellung! Der Generator hat sich dem Imperium angeschlossen. Bleibt vorsichtig! Der Generator hat sich um die Schmerzen. Der Generator hat sich um die Schmerzen. Hey! Das war's für heute. 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 Erroberen Reaktor. Die Reaktor-Steuerung ist praktisch unter Kontrolle. Granate ist raus! Halte die Stellung. Bis erste. Der Sieg ist unser Schicksal! Wir haben Abwehrgeschütze! Stoß zur Reaktor-Steuerung vor und nehmt den Bereich ein. Äußerer Bereich gesichert. Vorrücken. Wir dringen tiefer in das Reich vor. Der Widerstand will sich mit den Droiden absetzen. Und es sind mehr als erwartet. Findet sie im Nachschublager. Nehmt den Bereich ein und zerstreut ihre Truppen. Danach ergreifen und eliminieren wir sie. Granate bereit! Erste Aufdruck ist ewig! Wir haben einen Verbündeten im Einsatzgebiet! Einen Spezialagenten! Angriffsteam in Stellung! Granate geworfen! Alles ist, wie er es wünscht! Geschützbereit! Nehmt den Bereich ein! Sofort! Die Feinde sind verstreuert. Sammeln und gemeinsam vorstoßen. Wir sind Entsandte des obersten Anführers. Wir nähern uns dem Ende. Erobert die Ausgänge im Osten und im Westen. Die Truppen des Widerschafts werden an unseren Barrikaden scheitern und wir kriegen endlich den Ui. Bewachen den Westausgang. Versuchen jetzt den Westausgang zu sichern. Unsere Feinde werden fallen. Druck am Westausgang in Stellung. Granate kommt! Geschütz stationiert! Schatten den Ostausgang an! Ostausgang ist Primärziel! Sind am Westausgang. Für die Ordnung! Ostausgang erobert. Fangt den Widerstand an der Westseite ab. Ausgänge gesichert! Sie werden sich verteilen und einen Ausweg suchen. Bringt sie zur Strecke. Nein! Nein! Transporter des Widerstands sind gelandet. Sie versuchen eine Exfiltration aus der Luft. Platziert Sprengsätze an den Transportern und zündet sie. Hier entscheidet sich, ob wir es schaffen oder scheitern. Ich glaube nicht. Unser Sieg ist vorherbestimmt. Schiff an Steuerbord zur Sprengung vorbereitet. Das Sprengung! Wir sind beim Schiff am Backbord. Platzieren Bomben. Wir sind beim Schiff am Backbord. Platzieren Bomben. Wir sind beim Schiff am Backbord. Platzieren Bomben. Schiff an Steuerbord zerstört. Sie begeben sich zu dem zweiten Tramporter. Was vom Widerstand übrig ist, sitzt jetzt in der Falle. Und der imperiale Droide gehört uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Allianz macht Fortschritte, aber wir müssen mithelfen, damit es weitergeht. Wir sollen diesen Außenposten und die Hardware darin erobern, bevor sie sie vom Planeten stehlen und gegen uns verwenden. Wir haben wenig Feuerkraft. Der Feind hat eine ganze Menge. Also klauen wir einfach einen seiner Kampfläufer. Überrückt Hauptcomputer, Treibstoffstation und Kampfläuferbucht. Und dann los! Wir sind bei der Steuerung der Kampfläuferbucht. Überbrückung läuft! Habt ihr ein Problem in der Kampfläuferbucht? Überbrückung offline! Die Kampfläuferbucht! Die Kampfläuferbucht! Die Kampfläuferbucht! kann nicht abgeschlossen werden! Die Treibstoffstation unter Kontrolle des Feindes! Steuerung der Kampfläuferstation gesichert! Starten Überbrückung! Sie haben die Überbrückung der Kampfläuferstation angehalten. Wir haben Verstärkung durch Chewbacca. Wir haben den Hauptcomputer unter Kontrolle. Zum letzten Ziel vorrücken. Wir sind in der Kampfläuferbucht. Überbrückung läuft. Entkoppeln Kabel. Wir haben volle Systemkontrolle. Kampfläufer geht online. Wir sind in der Kampfläufer. Hauptsysteme online. Du bist dabei auf dem Kampfläufer. Wir haben vorgeheben von Chewbacca. Fortbewegung aktiviert. Der LT-LT ist unterwegs zur feindlichen Basis. Bleibt bei ihm und eskortiert ihn. Ich rechne damit, dass das Imperium tragbar Raketen einsetzen wird. Die Kampfläufer geht online. Grundsache. Das ist die Anwendung auf den Kampfläufer. Im Krieg geht es weiter. Die Borgung macht das. Mit dem Kampfläufer ist die Anwendung auf den Kampfläufer. Und wir waren in der Kampfläufer. Es ist... A.T. A.T. unter Beschuss. Direkter Treffer beim Kampfläufer! Feindlicher Anführer, übernimm die Befehlsgewalt! Kampfläufer unter Beschuss! Er ist zäh. Er wird's überleben. Kampfläufer an der Schlucht! Kontrollpunkt 1 erreicht! Feind im Anmarsch! Irgendein imperialer Kommandeur! Darth Vader ist hier! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kontrollpunkt 2 wird passiert. Der ganze Bereich ist von Höhlen durchzogen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Kampfläufer muss ganz schön was einstecken. Speer- und Scharfschützen. Identifiziert die Raketenkroppler. Was jetzt? Vader ist zu kommen! Vorsicht! Rakete im Anflug! Kampfläufer getroffen! Sie ist zäh. Die wird's überleben. Er ist getroffen! Kampfläufer getroffen! Erfolgt die Rakete zurück! Findet den Schützen! Das ist ein Treffer! Sie beschießen den Kampfläufer! Er ist zäh! Er wird's überleben! Das Imperium sollte seine Waffen gut festhalten! Chewbacca ist hier! Kampfläufer getroffen! Kampfläufer absorbiert Schaden! Diese Manöver haben Sie von uns gelernt! Kampfläufer Sie halten den Kampfenläufer ein. Wer ist das? Imperialer Elite-Kämpfer eingetroffen. Direkter Treffer beim Kampfläufer! Der Kampfläufer ist in der Kampfläufer. Rakete im Anflug! Kampfläufer getroffen! Speer- und Scharfschützen! Identifizieren die Raketenprobleme! Die Prinzessin Leia ist gekommen, um uns zu helfen! Kampfläufer durchbricht Basisverteidigung! Bereit machen für Frontanangriff! Sie sind jetzt zweifahren, aber eigentlich müssen Sie nur noch fliehen! Wir hingegen müssen die Basis abriegeln, bevor Sie erst mit der Evakuierung beginnen! Kämpft für die Rebellion! Und für die neue Republik! Sie sind in der Kampfläufer! 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 Das war's für heute. Neuer Feind im Einsatzgebiet. Identifizierung nicht möglich. Geht's nicht allein! Verbündete trifft einen! Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich nehme jeden! Verwärts! 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 Und jetzt? Mal sehen uns! Oh, mach's gut! Ich schaue jetzt! Ok, ich schaue jetzt! Oh, oh! 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 Getoffen! Mein Versio ist angekommen! Sieh mal an! Nicht identifizierter Verbündeter im Einsatzgebiet! Vier nach! Boss, jagd jetzt für das Imperium! Seid vorsichtig! Betreuer excellenter Verbündeter im Einsatzgebiet! Sieh schrecklich zur Gleichweite! Einnehmen! B Claudia Rettmann! Der Neuer werden von Händen! Ich spüre einen Kontext! Basis gesichert. Ihre Schiffe können nicht starten. Unser erster Sieg in einer neuen Ära. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Überbrückung in der Kampfläuferbucht aktiv Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Rebellen überbrücken die Steuerung der Kampfläuferstation Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020